einen wunderschönen guten morgen an diesem freitag den 13 dezember heute ist der große tag gekommen der wahnsinnig große tag an dem ich euch allen das ipad mini ans herz legen möchte ich finde jeder sollte ein ipad mini in seinem leben haben weil es der perfekte formfaktor ist der ist einfach ideal die bildschirmgröße ist nicht so fitzelig klein wie ein iphone und nicht so groß und unhandlich wie so ein schreibtisch ipad es ist das ipad mini für euren lebensbereich eure couch euer wohnzimmer dort wo man sich wohl fühlt um mal so gutes buch zu lesen um in so ein comic reinzuschmökern um sachen zu airplane um musik abzuspielen um homekit haussteuerungs dinge zu übernehmen dieses ipad mini sollte immer auf do not disturb laufen da sollten keine mails drauf gelesen werden nichts was nur annähernd mit arbeit oder notifications zu tun hat das hier ist euer safe place und dieses ipad mini das verlässt euch nie verlässt euch nie verlässt euch nie das wird fünf jahre halten sechs jahre das ist 2019er modell und wenn es dann nicht mehr so das letzte upstore game spielt dann gebt ihr dieses gerät an die kinder weiter oder an andere eltern die es dann ihren kindern geben das ist eine verdammt verdammt gute investition dieses ipad mini ist perfekt und ich finde jeder sollte das haben und wenn das nicht überzeugend war dann weiß ich auch nicht vielen dank fürs zuschauen und bis morgen